ich habe den ausgang gefunden okay die dinger können wir nicht hauen wir können sie nur extinguischen also ja da ist die tür da ist die tür ich glaube ich gucke erstmal in die die da oben ist rein weil den sinn von dem raum erkenne ich jetzt nicht wirklich außer ich entdecke gibt es hier keine gemein versteckten schalter ja gut raus hier ich habe es mir jetzt verbaut Das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass ich es mir verbaut haben kann. Na, das hat hier aufgemacht, ja. Nein, das hat jetzt woanders drauf gemacht. Ah, hier. Dosing Frost Caps, okay. Warum auch immer ich jetzt noch mehr vor denen habe. Was passiert, wenn ich so eine esse? Dann fühle ich mich nur wieder very drowsy. Aber mir auch nicht. Gut. Hier ist immer noch nichts aufgegangen. Hier kann ich auch nichts hauen. Die Tür ist zu. Der Kiss weg. Hm. Ja, zumachen kann ich hier nichts mehr. Das sind alles Einwegknöpfe. Hm. Das kann ich wieder zumachen, okay. Äh. Ja. Ja. Und das portet mich wieder raus. Okay. Hm. Hier kann ich nichts einsteigen. Leider. Ups. Nee. Hm. Wer mir wahrscheinlich jetzt gerade ich wollte sagen, mir bleibt eigentlich nicht wohl keine so große Wahl, als zu laden. Aber scheinbar habe ich gerade einen Teleporter irgendwo anders hingefunden. Sehr schön. Aber hier hat sich jetzt nichts mehr zusätzlich geöffnet. Nö. Und hier auch nicht. Okay. Das heißt, ich muss hier rein. muss die Wände ein bisschen abschauen. Und muss aufpassen, wohin ich trete. Ich muss hier ein bisschen abschauen. Okay. Jetzt ist hinter mir irgendwo wieder was aufgegangen. Ah. Der Raum hier. Gut. haben wir einen schnelleren Weg gefunden. Hier kann ich rein, wenn ich den Dinger betrete, okay. Port. Schreibe ich mir mal auf, dass ich da nicht ständig reintrete. Gell. Das war jetzt Nee, das war Das ist ein Dreher. Okay. Und das ist der Teleporter. Gut. Ja. Dreher ist okay. Jetzt bin ich auf der anderen Seite vom Teleporter. Jetzt kann ich hier hintreten. Hier hin. Hier ist nichts. Okay. Ist hier was? Ja. Der portet mich da hin. Zu einem Dream Key. Oder Key of Dreams, besser gesagt. So. Das portet mich wieder raus. Mhm. Okay. Jetzt, da ich den Dream Key habe, kann ich einen Safe machen, weil ich weiß, dass ich es mir nicht verbaut habe. Ich sollte langsam und vorsichtig gehen hier. Da ist nämlich der Weg zur Tür. Ja, und das erkenne ich, dass das einschlagbar ist. Mit einem Secret. Ein Mind Stone. Mal wieder ein Dream Key. Sehr gut. Ja. Sie hat bessere Sachen mittlerweile schon. Ja. 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 Noch ein Glaubeerkuchen. Und ein Schädel. Das macht mich nervös. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Wieder irgendeine Nachricht, die wir nicht lesen können. sowas zum Entfernen. Oh. Wer hat euch zwei eingeladen? Wohohoho. Hohoho. Out. Wohohoho. ... kann ich euch dismanteln ja ich kann euch das machen das macht das ganze sehr viel angenehmer auch wenn der schaden immer noch böse ist so ist krieg zur sicherheit mal hier alles das kann ich jetzt zum glück extinguischen ja da ist wieder so einer so kann ich mir ein bisschen die munition als die schüsse von meiner kanone sparen und meine ohren schon man könnte fast meine ich spiel hier pacman die dinger sind instant tot gut ich muss zugeben das hat mich jetzt ein bisschen ein kleines bisschen nur ein bisschen viel erschreckt gut wie wir vorschlagen wir lassen die pacman sache erst einmal dumm 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 nun gucken wir uns erstmal hier drüben die etwas hoffentlich angenehmeren türen an ja alle hoffnung fahren lassen bitte wo au ok ja so geht das einigermaßen ja wieder die meine armen uhren ja du stirbst sehr gut